Was wohl Eminem zu diesem sexy Foto seiner Tochter Hayley sagt? Auch wenn die einzige Tochter des Rappers immer wieder in den Songs ihres berühmten Vaters auftaucht, so richtig viel wissen wir nicht über die 22-Jährige. Hayley hält ihr Privatleben erfolgreich unter Verschluss und postet auf Instagram nur selten neue Schnappschüsse von sich. Kein Wunder, dass sie mit ihrem jüngsten Foto für jede Menge Wirbel im Netz sorgt. Denn darauf posiert sie im schwarzen Spitzen-BH. Ganz schön sexy. Hayley muss sich mit ihrem Äußeren wirklich nicht verstecken. Mit ihren langen braunen Haaren, ihren zarten Gesichtszügen und großen blauen Augen ist die 22-Jährige ein absoluter Hingucker. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass sie auf Instagram andeutet, was für einen tollen Körper sie hat. Auch auf diesen Bildern posiert sie sexy für die Kamera. Doch nicht nur optisch kann sich die Tochter von Eminem sehen lassen. Ihren Schulabschluss an der High School macht Hayley mit Auszeichnung und studiert heute an der Michigan State University. Über ihr Studium ist nicht viel bekannt. Angeblich hat sie sich für Psychologie eingeschrieben. Eines ist sicher. Papa Eminem kann wahnsinnig stolz auf seine kluge und schöne Tochter sein.